Was bisher geschah bei Irgendein Film, den wir heute noch fertig kriegen, noch dazu mit einer einfachen Digitalkamera. Mein Name ist Jack Bauer. Von oben höre ich eine seltsame Melodie. Sie macht mir Angst. Doch mir bleibt keine Wahl. Ich muss herausfinden, was da oben los ist. Verdammt, ich sehe fast nichts. So nach diesem Zimmer zu kommen. Scheiße. Wer sind sie? Ich bin der Typ an der Urge. Und du bist schwach. Aha. Kann sein, dass sie einfach nur unglaublich hässlich sind. Du bist schlau. Aber bist du auch schlau genug, um den tödlichen Feiern in diesem Haus zu entkommen? Werde ich den tödlichen Feiern in diesem Haus entkommen? Wird er den tödlichen Feiern in diesem Haus entkommen? Dies und mehr in der packenden Fortsetzung. Irgendein Film, den wir heute noch fertig kriegen, noch dazu mit einer einfachen Digitalkamera. Zwei. Tödliche Fallen? Hier? Wie komme ich hier raus? Nun, ich kann dir helfen, hier herauszukommen. Tu einfach, was ich sage, und du wirst deine Eltern wiedersehen, die du so liebst. Muttersimmchen. Als erstes musst du meine Wäsche waschen. Wäsche waschen? Bist du bekloppt? Ich bin doch nicht dein Bimbo. Hm. Dein Vorgänger, George, war wesentlich kooperativer. Gestorben ist er trotzdem. Vergewissere dich, dass er tot ist und bringe mir den Gegenstand, den er bei sich trägt. Aber Vorsicht! Gestorben ist er nicht gründlos. Hm. Ich hoffe nicht vorzusterben. Na, das sagten sie alle. Verflucht. Was ist das denn auf einem Haus? Was sind das für Geräusche? Was haben wir jetzt? Wow. Was sind Sie denn? Ich würde es vorziehen, wenn Sie sich etwas mäßigen würden. Nennen Sie mich James. Möchten Sie eine Tasse Tee, bevor Ihr Gehirn an der Wand klippt? Lieber nicht. Danke. Rufen Sie mich, wenn Sie noch etwas benötigen. George hatte wenigstens noch Stil, nicht so wie dieser Läufe. Mist. Der war ja wirklich eine große Hilfe. War ja klar, dass das nur bei ihm funktioniert. Hammer, ja. Verflucht nochmal. Geht's hier lang? Was ist denn? Nein. Oh mein Gott. Nein. Verdammt, er scheint wirklich tot zu sein. Was ist das? Ein Handy? Hammer, ja. Das ist ein Video, Gott. Mal anfangen. Hallo. Mein Name ist George. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Der Typ an der Orgel, er macht mir Angst. Und der Tee schmeckt grauenvoll. Aber am schlimmsten sind diese Büroklammern. Sie werden mich töten. Du kannst ihnen nicht entkommen. Wenn jemand dieses Video sieht, lauf. Lauf. Mein Gott. Sie kommen. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich helde dich. Ahhhh. Mein Gott. Verflucht. Achschesse. Da ist das Ding. Ah. Was ist das? Verdammt. Die Büroklammer ist weg. Mein Gott. Scheiße. Ich muss schnell wieder in das Zimmer zurück. Was zum Teufel spielt der da? Hey. Da vorne ist das Zimmer wieder. Hä? Was zum Teufel spielt der da? Äh, hallo? Äh, hallo? Äh, sterbe ich nie wieder, dein Jeremy. Hast du den geforderten Gegenstand bei dir? Lieg ihn auf den Tisch. Ähm, ja, natürlich. Ich liebe diese Melodie. Sie ist so grau gesammelt. Und doch unschuldig. Aufmerksamkeit. Und das ist so grau gesammelt. Wie, was? Aber das ist so grau gesammelt. Ja, das ist richtig, das ist. Was erwartet mich bei meiner nächsten Aufgabe und wem begegne ich noch in diesem verrückt gefährlichen Haus? Es bleibt spannend bei irgendein Film, den wir heute noch fertig kriegen, noch dazu mit einer einfachen Digitalkamera. Bis zum nächsten Mal.